Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunden und Interessenten der MKB Invest. Im ersten Halbjahr 2022 haben sich die Rahmenbedingungen auf den internationalen Finanzmärkten deutlich gewandelt. Gestiegene Inflationsraten, galoppierende Energiepreise mit einem zusätzlichen Stichwort Energiewende, die kriegerische Auseinandersetzung in der Ukraine und die weiteren Konsequenzen der Covid-Pandemie für, aber nicht nur für die Lieferketten, die uns international beschäftigen, haben zu einem deutlichen Bewertungsrückgang auf den Aktien- und Anleihenmärkten geführt. Ausgehend von dieser Situation möchten wir uns heute mit den Fragen auseinandersetzen, wie eine optimierte Positionierung für das zweite Halbjahr aussehen sollte und welche Chancen die aktuelle Marktsituation bietet. Die FED hat wieder einen Dreiviertelprozentpunkt, die Zinsen erhöht. Die EZB hat vor zwei Wochen mit einem halben Prozentpunkt erhöht. Wir sind also mitten in einem Zinserhöhungszyklus. Das ist in Amerika der stärkste oder aggressivste seit den 1980er-Jahren. Wir sehen eine Normalisierung. Das muss man bitte für alle, die ein bisschen jünger sind, ganz deutlich sagen. Zinsen sind etwas Normales. Wir wollen das, wir brauchen das und es ist auch logisch. Aber mittelfristig sind wir positiv auf Anleihen. Duration ist eine Sache, die vor sich zu genießen wird. Also das 10-jährige, 30-jährige Segment wird sicher relativ bleiben. Aber jetzt bei den Anleihen auch noch einmal, dieser Pull-to-Paw-Effekt, sprich am Ende des Tages ist die Anleihe immer, kommt die immer mit 100 zurecht zurück, es sei denn es fällt das Unternehmen aus. Ich glaube, ein guter Teil des Schmerzes ist hinter uns. Das sind hier die Aktienmärkte und der obere Markt ist wieder einmal der Standard & Poor's. Schaut ganz toll aus, wunderbar. Wenn man in den Standard & Poor's hinein sieht und die Sektoren betrachtet, Bloods, Wild & Tears. Also da geht es richtig zur Sache. In Amerika gibt es, der Biotech-Sektor zum Beispiel, der hat 90% verloren. Und das nicht, weil die Aktien plötzlich kein Geld mehr haben oder bankrot sind, sondern ganz einfach, weil jeder gesagt hat, ich möchte raus. Weil die Rezessionserwartung in Europa ist natürlich die letzten Wochen gestiegen. Warum? Weil die ersten Halbjahresergebnisse, erstes, zweites Quartal, waren Rekorde. Ehre. Also die haben die ganzen Aufträge, die sie die letzten Jahre gesammelt haben oder die Qualität, die sie sich anarbeitet hatten, auch wirklich ungemünzt. Es ist wirklich trotz dieser Gegenwinde, die wir hatten mit Corona, Ukraine etc. Also du bekommst wirklich positive Signale aus dem Markt. Wir können damit umgehen. Die Bewertungen der europäischen Unternehmen, natürlich nicht aller, ganz klar. Daher auch diese Sektordifferenz. Aber die haben sich doch dem Umfeld teilweise übermäßig stark korrigierend angepasst. Und das schafft die Möglichkeit und die Chance zu sagen, jetzt blicken wir mal durch diesen Nebel durch. Was wird 2023, Anfang 2023 passieren? Wie haben wir uns darauf vorbereitet? Oder wie haben sich die Sektoren oder Unternehmen Einzelnen vorbereitet? Wie groß ist daher dieses Angstreservoir noch, dass wir als Basis unserer jetzigen Bewertung befüllt oder nicht befüllt haben? Und wie sieht der Weg danach aus? Ein bisschen Arbeit. Und das ist genau das Thema momentan. Die letzten 15 Jahre hatten wir gekauft, dass man wollte. Bei ETFs hier als Stichwort, es ist eh alles gestiegen. Diese Zeiten sind vorbei.